Was glaubt man, und als ihr euch heute morgen angemeldet bzw. eingeloggt habt, habt ihr wahrscheinlich große Augen gemacht, denn was, was ist das? Der Dragon Ball Super Bro, die in einer Ankündigung im globalen und im japanischen Dokumentel, vorhin zeitgleich ist das ganze Online gegangen, bzw. für die ganzen beiden Versionen, die News. Aber ich werde euch natürlich jetzt direkt sagen, was es sich dabei handelt, um was es sich dabei handelt, denn man sollte nicht in allzu viel Hype geraten, denn es ist zum allerersten Mal quasi einmal erst mal nur eine Ankündigung für den Film, also es ist quasi eine Filmankündigung, dass ein Film kommen wird, und dazu gibt es die Celebration im globalen und im japanischen Dokumentel, zeitgleich, Movie Announcement Celebration, hier steht dran, Comchant Broly that appears in the Movie, alles klar, Dragon Ball Super Movie Announcement, also Filmankündigung, es ist wirklich nur die Feier zur Filmankündigung, die erst am Ende des Jahres im Januar im Westen in den Kinos erscheint, wie ich es mal sagen, und zwar steht hier ganz wichtig dran, was heißt das global Dokumentel, es ist quasi, das Geile ist, also es ist ja was Großes, dieser Film ist ja wirklich was Großes mit dem neuen Broly, und ich finde es cool, dass es jetzt auch in Dokern quasi dann eine Ankündigung gibt, bzw. sich da schon vorbereitet wird, und zwar steht hier aber erstmal vorerst nur dran, Broly, dieser Broly, der neue Broly, der appears in the Movie, also der im Film quasi auftalkt, will show up in the new Xtreme Sea Battle, und das ist halt das, was uns für Global eigentlich nur momentan aus dieser Nachricht interessiert, nämlich die Information, dass dieser neue Broly in einem Xtreme Sea Battle, in einem neuen Xtreme Sea Battle erscheinen wird, zusammen mit einem neuen Login-Bonus-Event und Special Mission werden quasi auch zur Verfügung gestellt werden, und ansonsten gibt es hier einen Link zur Offizien-Movie-Seite, Filmseite, könnt ihr euch gerne abchecken, was es da zu holen gibt, bzw. Informationen, das ist auf Japanisch, könnt ihr mal gerne reingucken, was es da gibt, aber was uns für Doka und Welt interessiert, ist diese Nachricht, die zeitgleich, wie gesagt, im globalen Doka und Japanischen Doka und Welt zeitgleich online ging, und zwar ist das allerwichtigste hier, dass es ein Xtreme, ein neues Xtreme Sea Battle geben wird, mit dem neuen Broly. Zu der Frage, wann wir denn damit rechnen können, mit dem Xtreme Sea Battle vom neuen Broly, die ganze News hier endet am 16. August, sowohl im globalen als auch im japanischen Doka-Welt, um den Dreherum 16. oder 15. oder 16. August, und eventuell kommt das Xtreme Sea Battle dann schon, oder wir bekommen schon früher die Information, denn wir haben noch eine andere Ankündigung, nämlich die Ankündigung eines neuen Doka-Events, das Event von Thales, also sein Event, also sein Banner werden erscheinen, diese Nachricht endet am 13. August um 11 Uhr morgens unserer Zeit, vielleicht eine komische Zeit, die Zeit selbst könnte sich ändern, aber am 13. August sollte das Ganze online kommen, denn warum? Denn die ganze Celebration, das Dreijahresjubiläum, endet am 13. August um 2 Uhr, beziehungsweise 1.59 Uhr nachts oder morgens, und dann am 13. also Montag, ab 2 Uhr sollten neue Informationen zur neuen Celebration reinkommen, auf jeden Fall werden wir dann wissen, mehr zum Thales, wann er genau vielleicht kommt, sein Banner, beziehungsweise was uns in dieser Celebration erwartet, heißt, spätestens am Montag wissen wir mehr rund um Thales, also Thales wissen wir eigentlich schon ganz sicher, dass er kommt, aber rund um welche Events um ihn herumlaufen werden, oder was quasi viel interessanter sein wird, ob es am Montag schon Informationen zu der Movie-Ankündigung gibt und zum Xtreme Sea Battle, ob wir da quasi wissen, wann das genau kommt, etc., etc. Heißt, Freunde, wir wissen vorerst erstmal, es wird eine neue Celebration geben, sowohl Thales wird kommen am Montag, und das Ganze, die neue Celebration, die neue Kampagne, sollte auch am Montag um 2 Uhr nachts online gehen, spätestens dann ein bisschen mehr, wenn das Ganze online kommt, werde ich euch alles wissen lassen, die genauen Informationen dazu, und diese Woche können wir dann noch quasi so um den 3.15. bis 6. August mit dem Xtreme Sea Battle vom neuen Broly rechnen, ich denke mal, es könnte sein, dass es ein Free-to-Play-Broly wird, könnte wirklich sein, so wie das Xtreme Sea Battle mit dem Gohan letztens, und dann quasi bekommen wir einen Free-to-Play-Broly, den wir dann Xtreme Sea arbeiten können, ich denke nicht, dass jetzt schon ein Banner kommen wird, ein Dokkan-Event, ein Dokkan-Fest-Broly, niemals, Freunde, denn das ist das, was ich mit dem, wir sollten, äh, was ich meinte, mit dem, wir sollten den Hype mit Vorsicht genießen, denn das ist erstmal eine Ankündigung, ja, das ist jetzt erstmal so ein Teaser, eine Vorbereitung, Film-Ankündigung, für den Film, was erst in 4, 5 Monaten erscheinen wird, heißt, mit sowas könnte ich realistisch gesehen rechnen, so ein Free-to-Play-Broly mit seinen Xtreme Sea Battle, bin echt gespannt, was da abgehen wird, Freunde, wie gefällt euch das Ganze, wie gefällt euch die ganzen News, lasst mich in den Kommentaren wissen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall auch ein Like da, und wir sehen uns das nächste Mal, Freunde, Peace. Outro